Gut, dass Max immer so schön positiv eingestellt ist. Der macht immer sehr viel Mut. Er ist da ganz groß drin. Er könnte so ein Motivationsquatsch-Typ werden. Aber auf jeden Fall. Ich wette, in die Halle müssen wir rein. Da, wo die Lampe vorwackelt. Ich kann mir nicht vorstellen, was wir sonst so machen könnten. Hier ein altes, vergammeltes Gewächshaus. Obwohl, da ist es abgeschlossen. Ja. Ich musste diese Situation in Ordnung bringen. So, wo müssen wir jetzt hin? Die nächste Frage. Hier wahrscheinlich. Ich finde es aber gut, dass Max einen Schalldämpfer hat. Dann hört man uns wenigstens nicht. Vorsichtig. Die Wache müsste man eigentlich messern können. Ich konnte es nicht verstehen, aber ich hatte es nicht zu tun. Die Schalldämpfer sind die gleiche, von hier zu Timbuktu. Die Schalldämpfer sind die Schalldämpfer. Ich kann mich nicht auf dem Türen. Die Schalldämpfer sind wir hier. Die Schalldämpfer sind sicherlich der Schalldämpfer. Die Schalldämpfer sind die Schalldämpfer. Fabiana war hier. Wie sicher dahin. Ich muss sie schnell finden, wenn sie schnell zu finden. Ich muss sie schnell und ruhig, wenn möglich. Die letzte Sache, was ich daszte, war das Party mit diesen Schalldämpfer. Die Handfeuerwaffe mit dem Schalldämpfer ist richtig gut. So. War's das? Wahrscheinlich nicht. Da hätte ich natürlich auch vorher mal dran gehen können. So. Ich durfte nach den Zeichen des Lebens gehen, um sie rauszuholen, als ich weiter ging. Hier noch einmal alle Leichen absuchen. Ach, wir könnten ja was mitnehmen hier. Ah, schön, da sind die Zeichen rein, Schalldämpfer und Lampe. Gut. Das ist gut. So sieht man da eine Ecke oben links. Einmal das Mute-Symbol für Schalldämpfer und darunter die Glühlampe für Lampensymbol. Ja. Ich glaube, das Zentrum des Maze war in dieser Richtung. Ich habe genug gesehen, dass Fabianna zumindest war, wenn nicht genau so gut. Sie sind nicht so gut. Sie sahen nicht so gut und leid. Ich musste das Raum schnell finden. Was für Schweine. Oh! Ich werde dich mitnehmen! Ich werde dich mitnehmen! Ich werde dich mitnehmen, ey! Oh! Danny! Du bist da! Du hast die nicht geschehen! Oh, da sind die nur alle hin? Das gibt es ja gar nicht. dass da jetzt noch einer hinterher kommt das war ja klar da hinten ist noch einer und der ist auch noch nicht tot aber jetzt ich frage mich nur jetzt wo der eine ist der gerade noch hinterher gelugt hat so natürlich noch einer so das war's schön ins auge ach von hier kommen wir ja eh deswegen gehen wir mal hier weiter obwohl man könnte ja noch mal nach penkler suchen ne boah was ist das denn hier für ein schalt schrank ach 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 if only i could have taken something for the humidity ja ich wette wenn hier ist aber noch einer fein ich glaube dass hier so im nager keine pain killer rumstehen da gehen wir sofort rein ja ich glaube hier ist nichts mehr zu finden oder naja hier ist nichts mehr gehen wir mal rein fünf haben wir ja ja einfach schießen und abhauen ich musste weiter gehen ich hoffe dass ich die fabiana schneller finder als später wenn überhaupt ich hoffe ich störe euch nicht beim essen freunde so oh ja super fuck scheiße boah was mach ich denn da ach der hat mich da oben runter geschossen der idiot deswegen konnte ich da nicht reinhechten so dafür hab ich ihm jetzt seinen sack weggeballert was hat er jetzt davon nehmen wir uns hier mal so eine ak 47 kalaschnikow so gute nacht freunde ja ach komm jetzt ausgerechnet jetzt nachladen ist auch nicht fein ach ja stirb doch ja eine shotgun sollen wir uns mal eine shotgun nehmen na komm schon na komm schon so das war sein ende da hat doch gerade nur jemand geschossen oder ich sollte mal wieder in deckung gehen hier das ist ja gefährlich was ich hier mache kommt schon kommt schon so das war es vorerst so guck mal nochmal ob wir hier irgendwo nochmal ein paar pain killers oder irgendwie was finden hier nochmal so ein schöner leichenhaufen schön schön vor allen dingen schöner leichenhaufen krank so da können wir nicht rein zum mal naja ich nehm mal die ak 47 der ist tot aber der hat noch ein bisschen money für uns fein so können wir hier irgendwas noch finden außer holz brauchen wir jetzt nicht unbedingt also gehen wir mal weiter kann man ja vielleicht schon mal durchs fenster gucken aber hier ist nichts so na rauchen verboten und handys verboten also macht eure handys aus ah super super war auch gerade dass hier gerade ein motorrad her gefahren ist was richtig laut geknattert hat das hat man vielleicht sogar gehört da war ein pain killer fernsehen pain schmerz ja vor allen dingen da unten tut es besonders viel aber wenn man alkohol trinkt oder pain killer nimmt dann geht dieser schmerz einfach weg kauft inter effectum werbung müssen wir nicht sehen jetzt gucken wir mal internationale nachrichten ein erdbeam in panama hat scheiben zerstört und als ausgeburt vom erdbeam kamen soldaten die bastards na machen wir mal aus hier gehen wir mal weiter und weiter geht's kamera untersuchen kamera untersuchen ja äh äh da hat man auch schon wieder irgendwie ne flex oder irgendwie sowas in der art gehört hier ist nichts ja da hört man eindeutig ne flex um oder bohren gehen wir mal rein in den schuppen hier und es bloß nicht entdeckt werden ich glaube wir nehmen uns als erstes mal als zuerst mal den rechts vor ja super das hat ja gut geklappt also richtig viel können wir hier jetzt auch nicht gerade reißen ne scheiße scheiße da ist einer man wie soll man denn das überleben bitteschön ich werde jetzt auch schon schweigsamer das heißt ich werde die aufnahmen gleich beenden aber schon waren wir noch aufgenommen heute na komm schon na komm schon na komm schon ah sauber oh das geht doch jetzt schnappen wir uns gleich erstmal den typen der fabiana knallen wollte das geht so nicht das kann ja nicht einfach so machen das haben wir nämlich noch vor aber erstmal holen uns noch mal einen teil vom goldenen mikro 9mm ja was steht hier keine ahnung ich kann kein portugiesisch tut mir leid das geht das geht das geht 2 nach